Es ist natürlich die Frage, ob überhaupt irgendein anderer Mensch das Recht hat, offensiv gegen euch Gewalt auszuüben oder überhaupt über euer Leben zu bestimmen. So ohne weiteres. Das ist auch so eine Frage, die wir oft behandelt haben in den Sendungen. Da muss ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Wobei, ich habe mal eine schöne Sendung gemacht. Das war aber auch nur so eine Einzelsendung, wo ich ein bisschen gequatscht habe. Die hieß, glaube ich, Chemnitz 2018. Der Anfang vom Ende. So hieß sie, glaube ich. Kann aber sein, dass die gelöscht wurde, weil der eine Kanal von mir platt gemacht wurde. Da habe ich jedenfalls einiges mal auf den Punkt gebracht. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich will jetzt nicht eine ganze Sendung hier wiederholen. Jedenfalls habe ich diese Sendung damals im Anlass genommen, sich mal Gedanken zu machen, wofür man so steht. Bin ich für Gewalt gegen friedliche Menschen oder dagegen? Bin ich für echte Meinungsfreiheit oder dagegen? Bin ich für die Konsequenz der Erwahrung von Eigentumsrechten oder dagegen? Bin ich ein freiheitlich denkender Mensch? Oder bin ich vielleicht, um es kurz zu sagen, ein Faschist? Oder vielleicht, um es nochmal ein bisschen länger zu sagen, ein Meinungsfaschist? In dem Fall. Kann sich doch jeder mal die Gedanken machen. Jedenfalls braucht mir jemand, der sagt, man soll anders denken, in die Fresse einhauen, nichts mehr von Meinungsfreiheit zu erzählen oder was auch immer, was in diese Richtung geht. Ja, dann kann sich derjenige doch einfach ganz klar hinstellen, ich bin ein Faschist. Da weiß ich doch Bescheid. Ja, man kann doch da vieles abkürzen. Und dann kann ich nur sagen.